Die Lichis und die 51 der Nase-Bohrers. Wir wünschen die Jungs von Turmian-Killer, der 5. Kursheits-Mathieu-Kulte. Ja, jetzt geht das Lied hier aus, jetzt ist es Zeit für die Sekunde, die Plätze hier zur Ebene, jetzt kommen wir zu unserem Team. Hier kommt Rasta Fekta. Ja, der 14. Stierkampf ungeschlagen hier zu Hause im Rasterdorf und das wollen wir natürlich auch heute fortsetzen, wie die ARD-Giants ausgeschlossen worden. Deswegen, wenn wir heute Abend die Hütte, wir haben ganz, ganz viele Leute hier und das heißt, die Familie in die Gasteben. Ja, zu Weihnachten haben wir natürlich auch und wir waren nicht so weit, aber heute Abend war es nicht so weit. Deswegen, in einem riesen Abhaus, hier an unsere Schüler, wir sind die Papi. Und jetzt ab, hier richtig, richtig lauter, denn jetzt kommt unser Team. Hier kommt Rasta Fekta. Angeführt von unserem Askott steht. Und nur ist Nummer 79. Hier kommt Borg. Mit der Nummer 0 geht es unser Scheier-Schneider. Die Nummer 1, hier kommt Scheier-Schneider. Und der Nummer 7, hier kommt Andrew Jones. Und Nummer 9, hier kommt Joschka. Ja! Die Nummer 10, hier kommt Daniel A.T. Wir gehen Nummer 16, hier ist Ryan Sviga. Und Nummer 16, auf den Kaffee gehen, wir haben die New Ideen, Feier. Nr. 30, hier kommt Tim Fledigl! Nr. 32, heute leuchtet ihr hier auf, also einen großen Applaus für Leon und Parra! Ja, wir sind auch unser Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel, Donkey Kongos, unser Team, der別er Partner wünscht mit mir, unser Psych меся Edge, wir haben heute Henrik Rahe. Das Gringer-Team und die Geschäftsarte wird heute wieder aufgestattet von Friedmarg-Damen und Sandemode in Sekta. Jetzt geht es gleich los hier! Vielen Dank, wir nothinрокen Ihren Unterstützung! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020